Hi und willkommen mein Name ist Andy Rolpe und mein Name ist Metal Mario Master und wir begrüßen euch zurück zu Let's Play Don't Come Country Welt 5 das dritte Level Ich geh mal rein. Elevator and X, so heißt das Level. Ja. Dann guck mal was es hier zu holen gibt. Was hier zu entdecken gibt. Hier Spielspaß und Spannung. Ja und nix zum Naschen. Warte. Ich bin schon tot. Aha. Au. Weil du hast einen Secret verpasst. Also da, das unterhoben das Seil. Nein. Du bist nicht dran gekommen. Nein. Ja natürlich. Nein. Nein. Vielleicht nochmal. Geht das? Ne. Wir gehen nicht. Wir müssen das Level abschließen. Drückt bloß dich auf Reset, weil sonst müssen wir alles nochmal spielen. Na komm mach mal. Was geht mal mit Plan? Du bist Leben, also. So. ... g gg. G warte Au boleh Wie sicher. Ach, release that. We should have a Gerd вопросы this. doing the w trainer become treat check off es ist auf ich glaube irgendwo war damals man stimmt doch mal gefälligst anständig ja genau stimmt gefälligst anständig was trauer zerstörungen zweifel und niedrigung ich bin ein ninja für speedrun muss aktiviert da war nichts ich traue mich nicht du traust dich nicht ich habe das geht ja ja diese gesehen jetzt wahrscheinlich da unten dass das schmerz sein So Yeah speedrun most activated Bitte Nein Warum machst du das? Oh Gott Nein Nach hause und nach hause Au Oh Mitten in die Fresse Nein Au Voll auf den Hinterkopf Ja doch Bin ich nur nach Na, war eigentlich einfach, weiß ich nicht Was ist nur so, wo du Wollt 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 Zähl hat mich Keine Ahnung Lein gehen Ja das machen Ich habe keine:「 freut man braucht man doch wir wollen ein bisschen zwei schickte nachbarn regen sie auch schon darüber auch dass wir so schlecht spielen klassische exit games nein du musst das spiel so spielen war dann habe ich so gast bei darksons in den ersten paar aufgeregt wie ich das spiel spiele es ist mir voll egal ich spiele spiele so wie ich das will ja das mein spiel dafür habe ich teuer geld bezahlt hat ein teuer spiel das spiel was wir vielleicht sogar online spielen können ohne dass das wir machen müssen nein ich habe geschnitten ok meinst du das kommt ins west auf jahr kommt das beste hoff er folgendlich abgestimmt also in wo du musst ist er hat die faktor so waren wir uns zu diesem moment wo du realisiert hast dass du abgefragt hast ja das müssen wir jetzt mal ändern kommen wir nicht so schlimm ich versuche es bier an sich hier durch zu gehen du hättest mich einfach nur auf da ist er schon wieder verreckt die nachbar der rohme von dieser lupe schon wieder verreckt mann ich kriege ja kunsten weißt du hör mal wenn du schon so nachbarn hast dass die in die von sich der behaupten so dass du spielst das spiel falsch sollen die das mal richtig spielen da können sie mich selber nicht wusste dass sie das selber nicht können ich habe mir sogar hat man kann so irgendwie geräusche wenn man die video geräusche wenn man die hochwerten manchmal solche hat kommen geben und die würden sie schon wieder ja wir sind jetzt zehn minuten daran und jetzt noch mal nicht weiter komplexer war wie gewann richtig wie Ja, ich hab doch sowieso nicht da nochmal zu springen, ey. Traurig, wenn sie mich verarscht. Wie zwei Typen zehn Minuten an einem und demselben Level festhängen. Dabei ist das gar nicht so schwer. Hat man da zwei Minuten gemacht? Ja, zehn Minuten gesagt. Okay, kann ich mal sagen. Wut. Wut. Trauer, Verzweiflung, Erniedrigung. Zerstören. Okay. Pass auf die Schlange da auf. Ja. Ich pass dieses Mal auf. Pass auf die Schlange, genau hier auf. Gut. Nein. So, Speedrun most activated. Nein, bitte. Speedrun. Einfach nur Sicherheits. Das macht Sicherheitsrun. Sicherheitsrun kann ich nicht. Sicherheitsrun kann ich nicht. Sicherheit geht vor. Und man noch Bananen, ne. Ganz lang sein. Ja. Da, 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 da. Keine Frage noch. Ja. Ah, hier doch. Da, 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 da jetzt Mal ziemlich wachstasanton damit denkt, dass da einmal guckt hat ja mal das ist gut dass das weiß aber dann hat nichts an meiner wut immer noch so schlimm ja wo ist denn da groß doch nicht ich dachte dass wir es das ist die stachel schon im gesicht in deinem gesicht der bringt mich um und werden an solchen dadurch kann also möglich maschinen gewähr bin ich voll schlecht abgeteilt wir müssen dadurch kommen wir also vor das maschinen wir schaffen jetzt wir schaffen das jetzt ich liebe das risiko ich glaube das risiko mag mich nicht nicht nur lauter ich meine sagen so ein eisenfass ist genau so starten so eine kleine kokos ist klar das ist der kreislauf des lebens glaube ich aber nicht da soll ja mal abschieben das hat also du hast ein zinger umgebracht ich glaube ich möchte es eigentlich nur noch alles töten ja eine geile idee das klingt nach die alles töten ja oh ja kippen feiern jetzt muss ich getötet so hat sich ein versuch von dem eigentlichen ja nicht gesehen natürlich ist klar ich weiß ja natürlich muss man da noch mal ein bisschen ja wie viele haben wir denn 70 videos hat bei ihr noch nachvollziehen ja erst mal in richtung preisentraut wenn unser wasser level gift teils ja wieso können wir ja dann schmecken ja es geht einfach natürlich nach der logik nicht mehr können wir unendlich ich würde mal klatsch sagen du wirst bedient erinnert da irgendwann hält der malen ich war verspende von großmärchen warum warum nicht wir haben wenn schon quasi ja ich bin mal auf der spende aber das ist aber das möchte ich das beste wäre kapitel markt man ja du magst kaputt vielleicht auch noch vorstellen ja vielleicht nächstes jahr wenn das dc rauskommen ist dann will ich hoffen ich freue mich wirklich auf der dnc wir kommen ein bisschen zu schnell der kann der ist der follow-up die zugeflogen durch geschwindigkeit lichtgeschwindigkeit so das supersonic street wirklich ja das glaube ich nicht das heißt da oben kann dir nichts passieren das stelle hier wohl eine lüge zu sein das ist ein gutes material liefere habe ich einfach mehr aufgeregt und da als daz und sogar koppel habe ich so gefühlt hat nur in vier parts du darfst dann dixie spielen ok wenn sie mir nie kommen kann für drei und muss ich mir um ein paar sorgen machen wirklich nicht aber doch nicht im country 2 ist aber der beste teil dann ist die und dixie spielen in 322 da spielen wir die die und dixie bleiben ruhig dann durch diesen preisen kommt hier jetzt schon da unten weiter erzählen kommen da waren wir schon da bist du gestorben ja mir das jetzt ein checkpoint und das ist noch kommen wir sind der check da ist ja so ein paar stacheln sieht man tun wir nur die packen dann gehen unsere leben aber so ein bisschen runter was wir haben noch voll viel da waren 60 oder so hat also momentan nicht so allerdings keine ahnung ja da bin ich praktisch was geht wir haben mit waffen dreieck gebildet das kann man ja auch wenn wir schnell hatten bekommen ist ja wir können mit supersonic speed auch die haben in waffen dreieck gebildet das können wir dagegen tun magie einsetzen welche magie licht oder dunkel magie einfach magie ich habe mich wieder ja 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 ich muss sagen ja 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 geschafft so weiter mit dem level mein kart man ist ja irgendwie da sage ich dem anderen gegen das war warte hat hat das war physik ich mag sie auch nicht ich meine die physik hat immerhin niemals gestimmt war das nie anders die chemie hat nie zwischen uns gestimmt aber dafür war die klasse keine ahnung bekannt vor wollen wir schenken oder ja nach mann ich würde jetzt haben nach mann und das schwert nicht nein 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 mein か madness es ist da es ist unsere deshalb gerade hier verpasst haben wir hat links aus könnte man einmal springen eine stelle also da ist noch ein bonus level weil eigentlich da müssen wir von daraus springen ja dann mal kann es auch springen Weil wir haben noch nicht das Vorspurespiel gesehen. Das haben wir noch gar nicht gesehen. Aber wir sollten erstmal diesen Wahnsinn hier beenden. Au! Oh, das wurde nicht. Danke. So, wir haben was geschafft. Wie viele Minuten haben wir? 28. Das würde ich sagen, das war's mit dem Pfannen. Dann machen wir nächstes Mal mal Off-Scream Sachen. Jo. Okay, dann sehen wir uns im nächsten Mal wieder. Bis dann und ciao. Bye, bye. Bis dann.